Die Wurde sind gefused. Ja, geil. Warte, hat der die Beholder rückwärts? Der Zeiger? Der, der, der... Ich glaub, das hast du gerade so ausgestellt. Wir fahren hier hoch erstmal, ja. Standard. Wir gehen gleich zusammen. Wir könnten aber relativ zügig reinfahren, weil... ...auf große Entfernung... ...meint... Hallo? Ja? Ja. Ich fahre noch ganz links außen. Also ich streifen die Finger... ...links, rechts, oben, unten, ey. Ähm, einer... Ja... Da schon. Da steckt nicht runter, der Brutto. Mach das ja. Alter Junge. Die Gegend gerade. Jaja, da fliegt ein bisschen viel herum. Ich versuche mal vor allem auf den Sego, weil das ist mein Counter. Okay. Wird wahrscheinlich dauern. Hm, scheiße. Hm, scheiße. Der hier ist bloß. Das war der... Ah, das ist unten der... ...der vor schon, okay. Äh, der... ...der Fuhn unten. Ja gut, er gibt mir im Moment mehr als ich ihm. Da geh ich mal zurück. Kann doch die Portion spüren. Wird auch nice. Einer... ...einer pusht rechts raus, Kirschi. Zwei. Wir gehen nach Kirschi. Die pusht rechts, jaja... ...müssen... ...mehr ins Game kommen. Der Fuhn... ...hier hinten. Den können wir vielleicht kriegen, der ist recht alleine gerade. Ah, jetzt kommst du jetzt aber alle rein, ne? Ach, scheiße. Fuhn ist raus. Kommen alle, kommen alle. Der eine Portion ist... ...Gounter auch fast gleich hinter. Ja, okay. Aber noch der Halaborder, der hängt noch gut im Sattel. Genau, der hat noch was. Ja, jetzt hat er aber gut kassiert auch eins, der Waffen verloren. Aber der Androl, der hat noch was. Ne, der hat nichts mehr, hab ich nicht ganz. Ähm... Ich... Ich häng so ein bisschen... Ich hab so ein bisschen Schlagseite. Ja, ist okay. Und das war's. Ah, scheiße. Der Halaborder hat noch zwei. Ja. Ich hab ihn ein bisschen festgehalten. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. War wichtig. Ja, schau mal. Ich hab sie alle. Du hasst sie doch nicht alle. Ich kenn sie doch gar nicht. Dann kannst du sie da hassen. Ne, hab nicht hassen. Ach, Meister. Kann man sie jetzt wechseln. Mehr ranged, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja. Gut, viel mehr ranged. Haha, fucking Toadfish. Ja, hier in der Fire Dog, das ist eher Main-Bild von Halaborder. Mhm. Ich würd gerne mal rein probieren. Einfach rechts entgegen, weil die haben drei ranged. Da fahren wir jetzt einfach wieder drauf. Wie im Game davor. Ja. Vielleicht auf die dunkle Seite der Macht-Zong. Ja. Zweiglocked. Cash, wir kommen ein bisschen weiter nach rechts mit mir. Zweiglocked. Komm rechts, komm rechts rum. Also rechts brauchen wir Hilfe. Da kommt der Dog, glaub ich gerade. Oder? Ne. Ja. Ich häng fest. Er springt hinter uns runter. Ja dann. Und wieder zurück. Achso, okay. Ja, ja, hier geht Mas. Fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück. Na ja, ich versuch so schnell ich kann. Ja, der ist nämlich vor dem Zeug. Ich dachte nämlich, wir pushen und bin ein bisschen weit vorgekommen und hab ne Waffe verloren. Ach komm ey. Da wollten wir ja auch pushen, aber da hat's irgendwie nicht so ergeben, glaub ich. Ja. Die Entfernung, da fühlen sich wohl, sehr wohl. Ja, das Problem. Ich auch, aber... Ja, ja. Einziger gegen drei. Okay. Gärber, sie ist drin. Nö, nicht wirklich. Gershi, ich komm mit dir mal ein bisschen links, bisschen Druck machen. Ah, irgendwas kommt hinter euch? Ja, ja, doch, doch, doch. Jetzt ist es mal. Algo, Algo, Algo. Gärber, es helfen uns. Ich bin de facto raus. Nee, ich dachte wirklich, wir pushen. Ja, dachte ich auch. Ja, und man liegt Cookie-coiled. Ja, und man liegt Cookie-coiled. ückschä 왓 Ich bin leider... Ich bin immer zu gebrauchten. Ja, ich bin auch... Spinn zuviel. Gibt es nur mal auf Ranged bitte, dann können wir es anders ausspielen, ist mir lieber, weil die Hover sind so schnell, ich mach das jetzt nicht mit dem Einfahren, zumindest nicht gegen Full Hover. Mein Traden sind ja nicht so gut, die haben nämlich viel leichtere Kabinen. Das war eine Beholder und eine Kami oder sowas, ne? Genau, wieder hinten um links, so wie erste Runde, basically. Und Gerber sollte hier oben sein mit einem und ich mit einem hier. Dann gehe ich mit Gerber mit. Oh, einer kommt entgegen. Das ist glaube ich der eine Fool, der hat eine Backwards, der hat eine Backwards Hover eingestellt. Komm rechts, Kloak mit zwei. So, ich hab das jetzt hier im Sego. Mann, ich hab mich mal gegangen. Was warst du echt? Kloak erreicht. Denkst wegen der殿. Okay so, zehn. Oh, jetzt! Kloak. jetzt wer glaubt auf hier ähm, melee an gerbas dran ja links, gehen wir ein, links ja, hat gerbas ja, jetzt bin ich halt eine Schüsse Entschuldigung, der Kaufter, der hat nicht mehr viel aber der Halaberda kommt wieder rein naja, ist an mir ich kann da auf dem Schießen, wenn du ihn so hältst, dann passt das wunderbar ja, renn weg auf Cache hinter dir, Cache hinter dir Zeug ist links am Boden die Schüsse war schweiz da hab ich da verflutzt ja, schau, warum gehst du auf die Hauer, wenn da ein Miele im Spiel ist Miele hinter uns ich bin ein bisschen abgedrängt worden, Hannes ja, ich weiß, ich hab keine Ahnung mehr ich glaube, du kannst das noch machen, der eine hat noch zwei der eine und der andere ist am Boden den kannst du erstmal holen, den anderen, der liegt am Boden, ja der rechts da, der Zeug ok, ok, ok hab ich verstanden? hier ist er kloppt ja, ja ich könnte mich zwar killen, aber durchnehmen wahrscheinlich nicht er nimmt auf dich, oder? ja, hol ihn dir einfach, ja eeeh 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 echt blödsinn ich mach's wahrscheinlich nicht mehr so lange, halt ja der andere hat noch zwei, ich sag's Das wäre auch gekloppt wahrscheinlich, oder? Ja, da ist es. Du musst dann recht nah ran kommen, weil sonst würde er ja ein Vorteil auf dich. Sehr schön, stark. Nicht flippen. Entschuldigung. Ja, diesmal hatte ich noch alle Waffen zum Glück. Haben wir gebraucht. Ja, ist nicht so leid. Das ist aber okay. Ja, es waren immer drei Flamer, eine Pork. Wo muss sie jetzt spielen? Ja. Misch-misch. Die Parser ist hier fertig. Die Valze. Ja, die Parser ist da aufgebaut wie die Poiker, ne? Ja. Ja. Und nur zwei Waffen, glaube ich, auf dem Moment brauche ich drauf. Ja, aber dafür kannst du schön auf Entfernung Waffen ziehen. Ja. Ziehen rechts rüber, mittig. Ja. Faser ist links. Ja, links, der ist alleine. Hier. Hat, glaube ich, eine verloren. Auf jeden Fall einen guten Hit gekriegt auf die Waffe. Ja, rechts, Fokus, rechts, Fokus, unser Base. Ah. Okay, jetzt wieder links. Sogt, sogt, sogt. Dann sieht's da. Ja, der hat das Modul dann geschickt. Ah, hinkendrin. Ja. Brauchen wir hier bei der Phase? Indicator brennt. Dietz, Zorgers Fokus? Ja, hinkendrin ist ja schon. Ich habe eine Waffe verloren. Okay. Ah, der Dietz hat was. Also ne, der ist dahinter. Der Walz hat noch ein bisschen was. Hm. Der ist noch voll. Ja. Windiger da raus. Der kann doch schießen. Ich kann mich nur nicht mehr so bewegen. Der kann sich aber Gott sei Dank nicht mehr bewegen. Immer gut. Ja. Hat nichts mehr. Ah, B-Punkte zu viel. Fuck. Red Show haben sie jetzt. Hm, wir machen uns wohl auf der 1. 1000. Hm. Nein. Bodenfahrzeug. Es gäbe es ja perfekt umgestiegen. Hm. Let's go! Follow me, guys! rechts kommt sie nicht lang links zwei schuldig ok links am schiff mal rechts raus hier ich glaube ich zählte ich habe ihn nicht mehr weg naja ich werde jetzt hier von springmann die fokuss hier schweig unter mir ja ich will den besten weg machen Oh, Flashpock hat mich. Wieder zurück zum Cap, Marty. Da hat er noch eine Direktor. Schön. Der letzte. Der ist der Shotgun-Typ, aber der hat nicht mehr so viel. Ach, der Löcher, ja. Ja, ja. Schnell gemacht noch. Ja, der Windikator hat er mich weggepusht, deswegen war ich nicht bei euch.